Hallo liebe User, ich will mich ganz ganz herzlich bedanken bei allen unseren Fans, die so fleißig bewotet haben. Wir hatten ja wirklich wahnsinnig viele Stimmen am Tag und da wollte ich ganz ganz herzlichen Dank an alle meine Freunde und an meine Familie sagen, weil meine Mama hat auch zum Beispiel allen Bescheid gesagt, dass sie für uns voten sollen und das finde ich ganz ganz toll. Das Projekt, also es war ja die Hauptsache, einfach mal Bulgarien und Rumänien entdecken und alle eben und das war wirklich ganz 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 hervorragend. Ich habe mir nicht so viele Vorstellungen gemacht, weil ich die beiden dann davor ja gar nicht kannte und es hat sich wirklich alles zum Guten gewendet. Wir hatten eine wunderschöne Zeit, vor allen Dingen in Bulgarien hatten wir sehr sehr viel Glück mit den Orten an denen wir waren, wir waren in den Bergen und es war traumhaft schön. In Rumänien hatten wir nicht so so viel Glück, aber wir waren auch ein ganz tolles, also wir haben uns die Zeit schön gemacht, sage ich mal so. Und ja, ich wollte herzlichen Dank an das Team sagen, wir hatten ganz ganz viel Spaß auseinander und vielen Dank an Wolfgang, dass er so fleißig Russisch gesprochen hat in Bulgarien und mich ertragen hat, wenn ich ihn manchmal angezweißig habe und vielen Dank an Teresa, dass sie einfach eine ganz ganz tolle Freundin von mir geworden ist und dass sie ein ganz toller Mensch ist. Ja, jetzt fängt sie an zu weinen. Ja, und ja, wir sind jetzt hier in Sibir und machen nochmal mit allen Aktenerutscheckern Big Party und das ist eh das Allertollste, mit allen zusammen nochmal richtig schön zu feiern. Das Projekt war wirklich, wirklich klasse und eine ganz ganz tolle Zeit. Das Projekt war wirklich, wirklich klasse und eine ganz tolle Zeit.